so jungs und mädels weiter geht's mit xcom als allererstes muss ich mich bei euch entschuldigen und zwar in dem sinne ja das war jetzt schon scheiße von mir aus ich ja gemacht habe also ich bin gut im entschuldigen aber ich versuche es einfach mal ich habe jetzt gedacht ja also einfach mal kurz entschuldigung ich entschuldige mich bei allen ja es tut mir leid aber ich habe jetzt die mission gestartet und habe vergessen einen soldaten das plasma gewehr zu geben jetzt habe ich das plasma gewehr gebaut habe es niemand gegeben scheiße naja jetzt hat man das plasma gewehr super testen können aber naja also noch mal entschuldigung leute sorry müssen wir jetzt die runde noch ohne plasma gewehr spiel naja ich hoffe er verzeiht mir das ich versuche den fehler zu korrigieren dass ich in der nächsten runde den plasma das plasma gewehr jemand gibt dann so alles testen erst unser schiff aus ich nenne es einfach mal drohne mit einer minigun hört sich ein wenig schöner an moment ok moment ich muss mal kurz was kabel technisch macht ok so ja wir haben gerade ein ufo abgeschossen ist auch immer richtig in erinnerung haben und das werden wir jetzt ausleuchern beziehungsweise das was da übrig geblieben ist ach da ist es ja schon wie weit kann man den scanner werfen ja werfen wir mal da her kann ich nicht schaden wir können uns kein bild von dem ding ach du scheiße ach du scheiße eine cyberdisk ach du scheiße deadmases ach du scheiße ach du scheiße ne cyberdisk die ich spoilere mal kurz die cyberdisk kenne ich aus dem multiplayer und sie geht echt ab die hält viel aus macht viel schaden das kann ja spaßig werden machen wir einen präzisionsschuss ach gehen wir gleich eine runde wo wir uns bewegt haben mit der nächste pistole ach so weit kann man nicht schießen mit der pistole machen wir noch feldposten ach du scheiße eine cyberdisk das kann ja spaßig werden aber die cyberdisk ist nach oben verschwunden so wie sie sich das angehört hat so sie 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 Da war nicht viel Deckung, dann spüren wir mal den Huber. So, das tun wir einfach mal da mitten rein, als Kugel fangen, weil das kann ja eh nicht in Deckung gehen, so wie ich das gesehen hab. Oh, da hinten sitzt er jetzt, die sind sehr schnell, die Viechers. So, das ist ja, die Viechers. Machen wir mal eine Runde Feldposten. Ach, da sind auch noch welche, super. Ach du Scheiße. Jawoll, scheiß die Wandern. Ja, super. So, nehmen wir erstmal das hier und feuern einfach mal direkt drauf. Exterminiert. So muttert? Oh, fuhr. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir die Cyberdiscs so schnell platt machen. Aber vielleicht ist im Singleplayer auch schwächer als im Multiplayer, ich weiß es nicht. aber ich habe ja schon ein paar Multiplayer unten gezockt, also zwischendurch. So gehen wir mal da her. Ach du, ach nö. Die Blüder schon wieder. Hm. 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 Da ist sicher. So, mit den Spulten wir mal hoch, dass wir in der nächsten Runde eine Rakete abschießen können. Hm. Hm. Da wirfen wir mal die Rauchgranaten. Hm. Ach, das geht ja nicht so schön. Müssen wir uns dann bewegen. Ah ja. Da ist es doch schon schöner. Dampf unterwegs. So. 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 Ah, der hat noch ziemlich gut Rüstung. Aber. Können wir die Rakete da reinschießen? Nö. Hm. Na ja. Gehen wir auf den der Showing angeschlafen ist. Ja, daneben. Dammt! Ich glaube, er bewegt uns da ein bisschen mehr in den Rauch rein. Sicher ist sicher. Ah, da haben wir 10% Treffer schon, ein bisschen mehr. Und wir nehmen mal den. Oh, super. 85, 75. Oh, ich bin hoch dran. Sorry, habe ich das jetzt nicht so mitbekommen. Und schuss. Sie verlieren an Boden. Aua. So. Der Hammer betäuben. Ich versuche den mal zu betäuben. Deswegen greife ich den jetzt nicht mal an. Oh, scheiße. Ach, nö. Oh, oh. Das wird nichts mit betäuben. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Oh. Ach, du Backe. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Und ich würde jetzt reinrennen und einen betäuben. Na, danke. Nein, danke. Wir sehen uns in der Hölle. Tschüss. So. 65%, 65. Oh, cut. Justiere Zielvorrichtung. Oh, oh. Das sind immer noch ein Haufen. Fünf. Was ist in meinen? Oh je. Gedankenkontrolle. Jetzt fangen die an zu campen. Das ist doch mein Job. Oh, oh. Das Ding sollte man nach hinten bewegen. Den müssen wir wegbekommen, weil der kontrolliert uns. Also den Soldaten von uns. Null Munition. Ich bin leer. Ja, ja. Ähm, machen wir das mal. So, das bewegt man schon mal zu Glück. X-Rails kommen von der Seite. Wo? Wo von der Seite? Ich sehe nichts. Ach du dumm Pabler. Ach, das fahren wir schon ein wenig weiter weg. Bevor es kaputt geht. Sie kommen über die Seite. Hm. X-Rails kommen von der Seite. Wo von der Seite? Ach so, den meint man vielleicht. Naja. Machen wir das mal so. Und jetzt betäuben. Super. Es ist nicht betäubt. Ich habe keine Kugeln mehr. Na, dann machen wir es lieber weg. Machen wir ein Schnellfeuer. Sicher, sicher. Ja, dass der jetzt eine Granate auf uns wirft. Vor allem ausgeschaltet. Ach, ne. Töten. Muss alle töten. Das ist der Spielverderber. Ist das der Kontrolltyp? Ja. Ja. 42 Prozent. Naja. Dafür ist es so schnell schnell. Toll. Eine Kugel mehr. Einklebt noch. Noch mal Sturm und Schuss. Gehe in Feuerposition. Toll. Das sehe ich den nicht. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hm, nein, kann ich gar nicht. Oh, oh, das kann jetzt lustig werden. Oh, oh, das ist auch fast kaputt. Na ja, das bringt uns zum Glück. Meine Knarre ist alles! Ah, Quixer. Dann ist es langsam am Schluss mit lustig hier. Oh, okay.